so hallo ich begrüße euch zu unserem nächsten smw hack first kochobo dorado collab also offensichtlich eine kollaboration von verschiedenen hackern in der with me steht dazu drin kochobo dorado is a level design overworld and kaiso contest von mario hacks ich weiß nicht in der beschreibung also in der in der schwierigkeit auf sw center stand nichts von kaiso ich denke nicht dass es schlimm wird werden sehen der brasilian smw hacking company community also haben irgendwelche brasilianer gemacht enjoy features man kann jedes level ist in der reihenfolge spielen wie man möchte also es ist eine große oberwelt und man kann rumlaufen wie man will offensichtlich sind es 14 level exits sind dazu auf der seite 18 also ein paar haben secret exits offensichtlich dann freundliche oberwelt cooler soundtrack anscheinend drei bosse gibt es ein level dass ein dlc oder update braucht um es zu spielen ich weiß nicht was das heißen soll und es hat eine autosave funktion wir gucken einfach mal rein und sind mal gespannt was uns erwartet es ist natürlich jetzt wirklich komplett blind ich habe keine ahnung was hier kommt ja weiß die system und so weiter war ja klar da wusste ich den anfang und so weiter aber jetzt ist komplett bleibt so guck mal ja mario mal 69 ich verstehe so kann das nicht wie keine ahnung was da steht ich habe übrigens festgestellt der ingame sound war ein bisschen leise die letzten parts ich habe es jetzt versucht ein bisschen lauter zu machen ich hoffe es ist jetzt ein bisschen lauter weil ich höre ihn recht gut den ingame sound aber in der aufnahme ist er recht leise also ich hoffe er ist jetzt ein bisschen lauter schauen wir mal ansonsten ich bin dran ja da steht ganz viel das ist irgendwie so könnte jetzt einfach das war das cool okay also wie gesagt man kann das mario läuft rückwärts und jetzt vorwärts und jetzt rückwärts und jetzt und jetzt wieder und jetzt nicht mehr und jetzt doch wieder und da auch hier seitlich läuft der rückwärts ansonsten kann er nicht okay alles klar wir starten einfach mal mit green valley das heißt aber ich muss mir dann merken was ich schon gespielt habe oder kriegt das irgendwo angezeigt keine ahnung wir werden sehen so sieht auf jeden Fall erstmal wie ein relativ normales level aus wenn es joshicoins gibt werde ich versuchen die zu sammeln und hier gibt es auf jeden Fall offensichtlich welche warum 69 leben wer hätte es gedacht keiner hat es gedacht so dass das ein piecewitch ist wenn es ein piecewitch ist okay da ist dann das was ich für den piecewitch brauche dann gehen wir da doch einfach direkt rein oder so hätte jetzt mitnehmen können aber wir machen jetzt mal kein quatsch okay da ist ein joshicoin vielleicht ist das auch alles nur für die eine joshicoin boah ist das spannend ja das war für die joshicoin okay nochmal eine blume nein nichts okay gehen wir wieder raus jetzt sind wir wieder hier drüben okay gut dann damit haben wir nicht schon mal nichts verpasst das ist ganz gut so dritte joshicoin das level scheint recht kurz zu sein ich weiß auch nicht wie lange der hack ist also ne klar 18 exits aber die level können ja richtig kurz sein keine ahnung wir werden sehen zack 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 aua ich gebe mir gleich mal den pilz dass wir hier nicht sterben ich spiele natürlich auch erst mal ohne safe states denn gerade bei wenn es heißt einfache schwierigkeit sollte das drin sein ist das schon die fünfte ne das ist die vierte bitte lass mich lesen ich kann es nicht lesen aperte select paratro pare putter achso das ist für die für die box da oben ja das kennen wir schon geht aber nichts gar nicht geht wahrscheinlich wenn ich klein bin auch interessant ich kann den pilz da oben gerade gar nicht runter holen das ist ja auch das geht achso der löst das direkt aus wenn ich klein bin ah ok das habe ich vorhin gar nicht realisiert ich dachte ich habe es einfach zufällig direkt eingesammelt ok ah da ist meine letzte joshicoin damit haben wir die vollständig sehr schön können wir das auslösen aber wir haben ja ach jetzt habe ich es kaputt gemacht egal würden wahrscheinlich münzen sein oder sowas so immerhin ist die 69 weg von dem leben das ist schon mal gut zack ok prima denke wir haben hier alles mitgenommen was man mitnehmen kann ist jetzt irgendwie markiert dass ich das level geschafft habe nein ich muss es mir also merken ok kriegen wir hin so viele levels sind das nun ja nicht moles mountain von julio achso von wem war das hier das war von kit dann geht es zu julios level was eine kombo fällt das runter ja tut es ok ok jo 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 gleich mal wieder die blume mitnehmen oh vielleicht gibts hier ne feder mit glück hat ein super cooper ne feder für uns scheint aber nicht der fall zu sein aber hier kann ich nein da kann ich rein Ach, Mist. Gleicher Fehler zweimal gemacht. Yay. Okay. Jups. Hi. Und tschüss. Oh boy, oh boy, der dahinter mir gefällt mir nicht. Aber ich muss jetzt erstmal weitergehen. Okay, jetzt kann ich ihn loswerden. Huh. So, Midwaypoint wäre ganz cool. Wobei wir im ersten Level... Im ersten Level gar keinen Midwaypoint hatten. Ist da oben was? Nein, hätte ich was versteckt. Haben sie nicht. So. Okay. Da ist... Der ist schneller gefallen, als ich gucken konnte. Huch. Hoppala. Sind die schon immer so schnell? Ich glaube, ich bin die Geschwindigkeit jetzt gerade aus dem Mario Maker gewohnt. Mal kurz gucken. Oh, die fallen echt schnell. Uiuiuiuiui. Die im Mario Maker fallen so langsam. Huf. Waren die hier schon immer so? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich hab keine Ahnung. Okay, jetzt gib mir den Pilz. Jetzt gibt's ja... Uah. Okay. So, da oben müssen wir rein wegen der Yoshi-Coin. Zack. Ups. Wie gesagt, ich möchte die schon ganz gerne mitnehmen, wenn sie da sind. Ob man sie jetzt braucht oder nicht, keine Ahnung. Aber erstmal würde ich sie ganz gerne mitnehmen. So. Jetzt ist schon wieder so einer da, der mich verfolgt, der ungünstig werden könnte. Okay. Problem gelöst. So, da oben war nichts, wissen wir. Haben wir uns gemerkt. Kommen also direkt weiter. Und diesmal bin ich groß und kann hier gar nicht sterben. Diesmal weiß ich auch, dass das Ding so schnell fällt, dass ich rechtzeitig regieren sollte. Oh, das war dumm. Oh, damit hab ich nicht gerechnet. Oh, Midwaypoint. Ich bin also wieder kurz vor Midwaypoint gestorben, natürlich. Wie komm ich da oben ran? Ach, hör mal auf zu schießen. Ah, so komm ich da oben ran. Ja, oder auch nicht. Ah, Mist. Okay. So, haben wir es jetzt mit dem Sch- Oh mein Gott. Will ich hier schon hoch? Wir gucken mal. Nein. Will ich nicht. Wo will ich mit dem Ding hin? Huch. Da will ich aber auch nicht. Uah. Mach dich weg. Wir lassen es mal kurz hier liegen. Können es ja gleich wiederholen. Ich hab nur Angst. Hä? 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 Also diese Röhre ist da, um sich ein Springboard zu holen, aber das Springboard ist eigentlich auch schon außen. Wait, was ist, wenn ich jetzt mich hier... Ne, es ist sechs Blöcke hoch. Ich kenn mich auf jeden Fall wieder raus. Oder? Das sind doch sechs Blöcke, ne? Hä? Der kann nicht... Hä? Kann der nicht springen, wenn der rennt? Guck mal, der macht gar nicht den normalen Sprung. Hä? Ah, doch macht der. Man sieht es noch nicht. Krieg ich beide mitgenommen? Ne, will ich auch gar nicht. So. Okay. Aber das hab ich jetzt nicht verstanden. Aber egal. Wir haben jedenfalls noch mein Springboard bekommen. Also wir hätten jetzt... Also jetzt hätten wir noch mein Springboard. Also jetzt hätten wir... Keine Ahnung. Was will ich mit dem Springboard? Wo will ich damit hin? Hier ist noch mal vier? Ja, verflucht. Ist da oben noch was? Ist da oben noch was? Okay, dann könnte ich mir nur eine Sache vorstellen. Dass da, wo das Springboard war, man das Springboard gar nicht wegnehmen soll, sondern einfach hochspringen soll. Wenn's da nicht ist, bin ich etwas überfragt. Und man merkt gerade, wie gerade das hier alles ist, wenn man gar nicht so richtig drauf achtet. Oh, jetzt kommt der wieder. Oh, jetzt kommt der wieder. Mist. Der Blitz nicht, äh... Dings. Ähm. Also... Tut mir nicht weh. Okay. Gut, das war dieses Level. Wir haben wieder alle Yoshi-Köns gefunden. Aber warum jetzt nochmal einen Springboard unten bekommen hat, in diesem Extra-Raum, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Blazing Canyon von Theos. Das sieht schön aus. Musik ist nicht ganz so schön. Die quietscht so ein bisschen rum. Oh, den, den, den... Den hab ich nicht gesehen. Scheiße, zu spät hab ich ihn gesehen. Okay, da... Unglaublich. Wovon ich mich schon wieder alles treffen lasse, na? Als könnte ich einfach nix. So. Kein... Kein Pilz bisher. Ist hier was drin? Nein. Ist da was drin? Nein. Ist da... Komm ich gar nicht hin. Äh... Mach dich mal... Weg! Hilfe! Oh boy. Okay. So, die ist wieder gefährlich. Ist da jetzt bitte ein Pilz drin? Oh mein Gott. Das Level gibt mir kein Pilz. Unten, oben, links, rechts. Gib mir den Pilz. Dankeschön. Das hat lang genug gedauert. Zweite Yoshi-Coin. Okay. Okay. Jetzt nicht den Pilz wieder verlieren. Den möchte ich gern ein bisschen behalten. Aber das ist schon ein etwas schwierigeres Level, verglichen mit den ersten beiden gerade. So. Okay. Okay. Da ist nix. Aber noch kein wirklich... Okay. Noch kein wirklich richtig schwierig. Ich weiß nicht, was da unten ist. Ich nehme an, ich kann da nicht stehen, wenn der da rumhüpft. Wobei jetzt hüpft der weg. Also wahrscheinlich kann ich ja schon stehen. Okay. Unten, oben, links, rechts. Kann hier überall... Nee, man kann nicht überall hin. Also man wird schon ein bisschen geleitet. Da ist ein Mond. Würde ich mir gerne versuchen zu holen. Oh, yes. Okay, keine Blume. Aber damit haben wir einen Pilz da oben drin. Das ist auch gut. Oh, hatte ich vielleicht gerade eben auch schon einen Pilz da oben drin. Hätte ich den auslösen können und hätte mich überhaupt nicht überfehlendes Power-Up-Erlebnis stärkern müssen? Ich glaube, ja. Jetzt ist ich schon wieder draußen. Geh weg! Okay, ich kann da eh nicht rein. Also vom Design her, vom Level-Design her, finde ich das sehr cool. Das Level muss ich sagen. Gefällt mir gut. Das macht jetzt wieder Puff. Okay. Jetzt habe ich schon mal die... Wait, wie komme ich an den Mond? Oh. Vielleicht später. Aber dafür müssen wir jetzt halt wissen, ob man da wieder rauskommt auf diese Oberwelt oder nicht. Na. Warum kann ich hier rein? Einfach so. Oh, 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 okay. Da macht die Fliedermaus erstmal eine Drehung. Das sieht komisch. Ach so. Wah. Okay. Ich wollte gerade sagen, das sieht irgendwie komisch aus hier mit dieser Einhöhlung oder was du bist, das darstellen soll. Alter, diese Drehung, ne? Äh, da kann ich hin. Da kann ich hin. Okay. Hi. Da kann ich hin. Wir haben bisher keinen Midway, ne? Wenn wir jetzt sterben, kann man alles von vorne machen. Ich kann hier rein? Was ist da unten? Geh erstmal hier rein. Vielleicht führt das ja zu dem Mond. Tatsache. Dann haben wir das mit dem Mond schon mal geklärt. Das Level hat einen Secret Exit. Und wir wissen jetzt schon, wo der Ausgang ist. Wir haben aber den Schlüssel noch nicht. Okay. Also wenn wir den Schlüssel haben, wissen wir, wo wir hin müssen. Oh, Mist. Okay. Aktuell könnte ich auch... Oh, Mist. Ich wollte gerade sagen, aktuell könnte ich auch noch zurücklaufen. Sollte ich jetzt einen Schlüssel bekommen, aber... Ungern. Also ich hoffe, ich habe ihn einfach auf der Oberwelt irgendwo... Also da, wo wir bisher waren, da habe ich ihn einfach verpasst, hoffentlich. Das wäre am besten. Moment, jetzt kann ich nicht mehr zurück. Doch, immer noch. Oh mein Gott. Huh. Oh. Wait. Hat der gerade... Macht der... Macht der... einen Dab, wenn er ins Level geht? Hat der das schon überall gemacht? Oh mein Gott, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich beende den Hacks sofort. So, jetzt ist die Frage, haben wir den Schlüssel irgendwo verpasst? Oh, ich habe da vor allem, habe ich einen Pilz verpasst. Der kriegt plötzlich einen Pilz. Ja, lecker. Ist das hier vielleicht... Ist das... Ja. Ich würde sagen, ist das vielleicht ein Schlüsselblock, aber... Hat überhaupt nicht funktioniert. So, hier ist da vielleicht... Okay, da ist gar nichts drin. Das ist einfach nur so. Ach, hier kommt ein Pilz raus. Das muss man erst mal wissen. So, aber hier oben war ja nichts weiter. Das hatten wir ja alles schon abgefrühstückt. Oh. Aua. Da oben komme ich auf keinen Fall rein. Oh Mist. Ja, jetzt bin ich genervt, weil ich... Äh, soweit alles nochmal spielen muss. Und das war schon ein ganzes Stück. Also gerade am Eingang der Höhle oder so hätte es schon ein Safe State... Äh... Wäre schon ein Safe State gesund gewesen. Aber... Habe ich nicht bekommen. Bin ich traurig. Uah. So, hier ist aber auch nichts. Da war auch nichts. Ich gehe davon aus, dass der Schlüssel... ...nicht hier oben irgendwo ist, sondern in der Höhle. Und man dann zurück muss, den ganzen Weg. Aber ich weiß es nicht. Gibt es hier vielleicht höher irgendwie? Weil da dieser komische Block ist. Und der Block ist eigentlich useless, weil man auch so an die Yoshi-Coin rankommt. Oh mein Gott, ist das mein Ernst. Wait, ist hier was? Nein. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Sie schießt mich nicht ab. Hier ist überall... Oh, hier kann man da runter? Ich glaube nicht. Aber man sieht es nicht. Aber hier kann man ja auch nicht... Nee. Nee, nee. Nee, das ist glaube ich nur... Nee, das ist einfach nur Abgrund. Okay. Tschüss. So, dann ist hier oben wieder mein anderer Pilz. Den nehme ich gerne mit Hallöchen. Ist hier irgendwas noch versteckt? Wäre allerdings auch ein dummes Verstecken. Das ist so ein versteckter Block. Ist hier denn nicht im Mario-Milker? Ups. Und der Heck wurde ja auch angenommen entsprechend. Kann ich mir nicht vorstellen, dass sowas hier... ...der Fall wäre. So. Aber jetzt sind wir dann auch gleich wieder in der Höhle. Und der wird diesmal hoffentlich nicht mehr so schnell sterben. Ja, hier ist nichts gewesen. Okay. Aber trotzdem werde ich mich jetzt hier nochmal ein bisschen genauer umgucken, ob ich irgendwas... Den Abschnitt hier finde ich halt irgendwie verdächtig. Aber da ist halt nichts. Nur, dass man da so rein kann. Das ist ganz merkwürdig. Uah. Diese Drehung immer. Hier war nochmal ein Pilz, genau. Der ist jetzt praktisch, weil wenn wir gleich wieder getroffen werden... ...hab ich diesmal noch ein Pilz übrig. Weil hier kann man halt auch irgendwie... Das ist auch... Das sieht auch so... Also ob man da irgendwie rein könnte von irgendeiner Seite. Kann ich scrollen? Okay, nützt mir nichts. Uah. War nicht irgendwo so eine... So eine... So eine Lava... Oh mein Gott. War nicht irgendwo so eine Lava-Lücke? Öke! In die ich versehentlich rein... Also in die ich hätte reinfallen können. So rum meine ich das. Weil man es nicht gesehen hat. Das war hier, oder? Irgendwo da war das jetzt gleich. Aber man muss einfach nur bei der Münzen runter. Okay, dann ist alles in Ordnung. Oh Mist. Dann ist alles in Ordnung. Jetzt darf ich mich nicht treffen lassen. Jetzt bin ich schon wieder am Ende hier. Gleich. Scheiße. Gleich trifft mich wieder so ein Viech. Das war hier schon irgendwo, wo ich getroffen wurde, na? Irgendwo hier wurde ich getroffen. Oh nein, ich bin schon wieder klein. Genau, hier bin ich noch runter. Das habe ich mir noch geholt. Okay, jetzt gehen wir da ein bisschen schneller durch. Jetzt brauchen wir nichts mehr untersuchen. Jetzt haben wir genug gesehen von dem Level. Um zu wissen, was wichtig ist und was nicht. Ah Mist. Aber ich darf halt... Wenn ich zu ungeduldig spiele, kann ich es gleich nochmal spielen. Das darf ich auch nicht machen. So, gib mir den Pilz wieder. Und da unten ist meine zweite Yoshi-Coin. Dann kommt erst mal ganz lange keine mehr. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ah, wie schnell das geht, wenn man den Weg kennt. Nein! Blöd! Blöd! Da wäre mein zweiter Pilz gewesen. Jetzt ist es nur mein erster Pilz. Ah! Doof. Unnötiger Treffer vor allem. Richtig unnötiger Treffer. Aber man kommt... Oh nein! Ich wollte gerade sagen, man kommt nicht fix wieder durch. Oh nein! Verdammt! Oh Gott! Das ist mein Ernst. Wow! Wow! Wie ich unter dem Ninja durch bin. Was ein Evasion. Evasion is over 9000. Okay, lass mal den da unten liegen. Der wird jetzt auch nicht gefährlich werden. So, ich brauchte die Yoshi-Coin. Zack, zack, zack. Und jetzt hier runter. Rutschi. Jetzt einfach mal nicht treffen lassen. Ich will halt schnell durch, aber mich trotzdem nicht treffen lassen. Das werden wir doch hinkriegen. Durch, aber nicht treffen lassen. Kriegen wir das hin? Schon, ne? So, ich hab mich hier von dem Ninja treffen lassen. Das war super dämlich. Eigentlich hätte ich hier meinen zweiten Pilz vorhanden gehabt. Und da ist er jetzt auch mein zweiter Pilz. Hurra! Ich hab dich vermisst, zweiter Pilz. So, jetzt einfach nicht treffen lassen. Und dann in der Höhle auch die Pilze behalten. Dann ist alles gut. Aber ich krieg' ja noch mal einen Pilz gleich. Das heißt, wenn ich mich jetzt nicht treffen lasse, haben wir trotzdem wieder zwei Pilze. Oh mein Gott! Das ist nicht mein Ernst. Aber wir haben gleich wieder einen Pilz zumindest. Wir werden so schnell hier nicht sterben. Da ist mein Einer Pilz. So. Muss ich trotzdem mal aufpassen. Ach, Menschen-Scanner. Wow! Wo, wie weit geht die denn runter? Was? Geht die immer auf meine Höhe oder was? Verdammt! Oh! Ähm! Gibt's da nicht. Nochmal von vorne. So schwer ist das doch nicht, das Level. Was mach' ich denn? Ich hab' mich kürzer an der Nase gejuckt und das war mein Verhängnis. Aber theoretisch kann ich trotzdem wieder problemlos zwei Pilze bekommen. Bis zur Höhle, weil ich ja krieg' ja noch... Krieg' ja noch einen zweiten Pilz. So. Den einen haben wir. Jetzt einfach nicht treffen lassen. Was eigentlich nicht das Problem sein sollte. Wenn man sich nicht komplett dämlich anstellt. Sollte man sich hier nicht von irgendwas treffen lassen. So. Und hier von dem Ninchy auch nicht. Und dann haben wir unseren zweiten Pilz. Easy. So. Wenn man hier ne... Wenn man das hier hinkriegen würde. Na? Äh! Wo kommt der denn jetzt her? What? Plötzlich ist da so ne Feuerkugel. Warum? Wo war die vorher? Hä? Alter! Okay, jetzt lasse ich mich aber nicht vom Podobow treffen. Ich lasse es mal hochschießen. Dann haben wir auch gleich wieder unseren zweiten Pilz. Das läuft immer alles auf zwei Pilze hinaus. So. Da ist mein zweiter Pilz. Prima. Und die Flederbaus geht tatsächlich auf meiner Höhe runter. Das hab ich nicht gewusst. Deswegen ist die dann so weit runtergegangen. Deswegen hat die mich auch getroffen. Dummes Vieh, ey. So, und die da war's. Guck mal, wie weit die runter geht einfach. Weil sie denkt, sie ist es. So. Mach deinen Scheiß. Alter. Okay, diesmal haben wir noch beide Pilze. Wow. Jetzt wär ich fast hier in die Lava gesegelt. Nein, das war dumm. Aber ich hab immer noch einen Pilz. Das heißt, ich kann jetzt eigentlich... Oh, nein, 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 nein. Okay, das ist ein Rückweg. Da unten wird... Nein! Da unten wird scharf geschossen, wollte ich gerade sagen. Ah! Gibt's doch nicht. Ah! Ich könnte mir gerade wieder den Hintern beißen. Was, ein unnötiger Treffer. Ach, Mist. Ah! Aber man sieht, es ist offensichtlich tatsächlich notwendig, dass man da zurückkommt. Sonst wäre da dieser unsichtbare Block nicht. Das heißt, man kriegt da unten ziemlich sicher den Schlüssel. Dann haben wir hier oben tatsächlich keinen Schlüssel verpasst. Ich wüsste halt auch nicht, wo. Wir haben ja alles durchgeguckt. Und da war nirgends wohl ein Schlüssel. Also, keine Ahnung. Hat mir gemerkt, dass da kein Schlüssel ist. Dann kriegen wir da unten wahrscheinlich einen Schlüssel. Aber das heißt, wir müssen das Level zweimal spielen oder was? Und komplett da durch. Weil wir einmal den Secret-Exit haben und einmal den Normal-Exit. Und der Normal-Exit ist ja hier oben nun mal auch nicht. Das Gute jetzt, dass ich gerade noch den... Ich kriege die Krise. Ich wollte gerade sagen, dass ich noch den zweiten Pilz habe. Heißt, ich muss den hier oben nicht holen. Jetzt muss ich ihn doch holen. Aber ist ja auch in Ordnung. Lass mich einen Wall-Jump da hoch machen. Ich will den Wall-Jump da hoch machen. Dann muss ich den... Und da kommt wieder die Feuerkugel. Die kommt anscheinend nur... Keine Ahnung, ist die vielleicht wegen Sprite-Limitations vorher nicht da? Ich habe keine Ahnung, was die... Was dafür ist, ob das die nicht da ist. Ich könnte mir Sprite-Limitations vorstellen. Good old Sprite-Limitations in SMW. Hallo? So, wir haben beide Pilze. Wir können jetzt sogar den einen Pilz hier erstmal liegen lassen. Und holen, falls wir ihn brauchen sollten. Wobei es irgendwie Quatsch ist, dann zurückzulaufen bis zu dem Pilz. Aber vielleicht auch nicht. Ich meine, jetzt ihn auslösen ist halt kompletter Blödsinn. Aber jetzt zurücklaufen, wenn ich getroffen werde, um den Pilz zu holen, ist eigentlich dann wieder noch größere Blödsinn. Wir haben ihn halt diesmal einfach nicht gebraucht. Ist jetzt leider kein Vorteil, ist einfach so. So, ich warte drauf, dass ich irgendwann in diese Lava noch fliege. Oh mein Gott. So, hier habe ich mich vorhin treffen lassen. Wie ein richtiger Vollidiot. Jetzt ist das Feuer da weg. Nice. Kann ich es rein spucken? Wie soll ich jetzt bitte? Die Yoshi-Coin holen, ohne getroffen zu werden. Dann machen wir das, wenn wir den Schlüssel haben. Ey. Hier ist der Schlüssel. Da ist ein Midway-Point. Das heißt, zumindest den Secret Exit kann ich jetzt jederzeit angehen vom Midway-Point aus. Jetzt ist das Ding wieder da. Das heißt aber auch, ich brauche die Yoshi, könnte es jetzt eigentlich gar nicht weiter sammeln, weil ich ja dann eh nochmal von vorne alle einsammeln muss. Also, ja, auch wieder dämlich. Aber es ist so. Okay. Ich wollte gerade sagen, letzte Fledermaus. Dann haben wir es geschafft. Und dann habe ich es verkackt. Es war eigentlich echt klar. Vor allem, es ist halt ein Secret Exit, der mir nicht mal was nützt. Weil wir spielen in einem Spiel, in dem alles begehbar ist. So, der Secret Exit nützt mir einfach nichts. Ich kann ihn einfach nur auslösen und das war's. Lass mich in Ruhe. Ich hätte wetten sollen, dass er mich erwischt. Ich hätte wetten sollen. Alter. Wie lange sitzen wir jetzt schon an diesem einen Level? Das ist... deutlich schwerer als die anderen. Holy moly. Weil du von so viel getroffen werden kannst. Hä? So, lass mich in Ruhe. Okay, jetzt haben wir alle Gefahren beseitigt. Jetzt kann nichts mehr passieren. Oh mein Gott. Jetzt kann nichts mehr passieren. Oi, oi, oi. Yay, wir laufen einfach zurück. So, dann schließe ich hier einmal den Part ab. Und wir machen das nächste Mal noch den Normal Exit in diesem Level. Dann mit allen Yoshi-Coins. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.